Ich bin Christian Schemaier, Patriarch-Projektions-Coach, Stellungspsychologe und so weiter und so fort. Ja, heute haben wir mal wahrscheinlich enorm kontroverses Video, aber ich habe es jetzt mal rausgenommen, weil ich finde, man kann so gut über Standards und D-Raker reden, was der Hauptpunkt meiner Arbeit ist. Mach unbedingt mal, wenn du meine Arbeit magst, mach wirklich mal Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, das hier das ganze Konzept wird dann nochmal genauer erklärt und das ist für mich absolut zentral, Vermeiden von toxischen Beziehungen. Und wir werden uns jetzt gleich mal eine Standardsliste, wir wissen nicht genau, ob es Standards oder D-Raker sind, das kann man jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Wir werden uns mal angucken und daran mal diskutieren, wann ist es denn Standards und D-Raker, wann könnte es aber auch was Kontrollierendes sein und was macht eigentlich genau einen Unterschied aus. Ich denke, da wird vielleicht einiges klar. Wie gesagt, ich glaube, es wird den einen oder anderen anträgern, aber ich will niemand anträgern. Manchmal ist es aber gut, sich so ein bisschen extremere Sachen anzugucken, um das zu verstehen. So, was wir jetzt hier sehen, das geistert durch ganz Twitter irgendwie und zwar von der Freundin gepostet, die das bekommen hat hier. Das ist eine Standards und D-Raker-Liste, wie gesagt, gibt es den englischen Begriff Boundaries. Weiß man jetzt nicht hundertprozentig, ob es verhandelbar ist oder nicht. Und sie hat sich halt tierisch über aufgeregt, wie toxisch und wie kontrollierend ihr Mann ist und ich weiß nicht was. So, jetzt gucken wir uns diese Liste erstmal an. Also der Mann sagt, ich übersetze das mal kurz, ganz einfach, wenn du Folgendes brauchst und dann kommt eine Liste. Surfen mit Männern, unangemessene Freundschaften mit Männern ohne irgendwelche Grenzen, Modeln, Bilder posten in einem Badeanzug, sexuelle Inhalte posten und ja, Freundschaften mit anderen Frauen, die selber an sehr unsicher sind oder eine wilde Vergangenheit haben. Ja, da fühle ich mich nicht wohl mit. So, und er sagt das jetzt auch, also du musst immer den Kontext sich angucken und sagst jetzt auch und drunter noch, ich bin einfach nicht der richtige Partner für dich. Wenn dir das, wenn dich das glücklich macht, dann unterstütze ich dich gerne darin, aber eben nicht aus einer Beziehungssicht und es ist für mich alles okay. Das sind einfach meine Grenzen. Wie gesagt, Boundaries ist immer so ein bisschen unklar, ob das jetzt Dealbreaker sind, also nicht verhandelbar oder Standards verhandelbar. Die sind meine Grenzen für romantische Beziehungen. Ja, und scheinbar ist mir irgendwas vorgefallen, was, ja, wo er das meint, posten zu müssen. So, das ist erst mal, ich dachte, das ist ein bisschen extrem, aber es ist eine Standards- und Delica-Liste. Ist es erst mal einfach. Wie gesagt, das schreibst du ja für dich auf. Und jetzt könnt ihr erst mal gucken, wie wirkt das so auf euch. Und jetzt gibt es, glaube ich, verschiedene Arten, das anzugucken. Es gibt jetzt nicht nur die eine Sichtweise, da drauf zu gucken. Also man kann auch negativ drücken, ich verstehe das auch. Es ist ein bisschen an der Grenze so. Oder vielleicht für viele auch über die Grenze drüber. Jetzt die Frage, wann wird sowas geschrieben? So, wenn ich jetzt jemanden frisch kennenlerne, dann passiert das natürlich so gut wie nie. Aber theoretisch, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und mich jemand fragt, ja, was ist hier denn wichtig in Beziehungen? Ich meine, sowas wird dann keiner sagen, weil man kennt den anderen ja noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er damit zu tun hat. Aber es wäre im Prinzip eine legitime Liste, genau wie Frauen auch ihre Listen haben. Also jetzt Frau und Mann ist ja auch egal, ne. Das ist eine völlig legitime Liste, weil das machst du für dich. Du sagst das nicht, du wertest den anderen nicht damit. Du sagst so, ich möchte keine Freundin haben, die modelt. Und ja, sexy Bilder im Badeanzügen post. Möcht ich einfach nicht haben, so, ne. Und das ist okay. Also ich finde es okay. Jeder muss wünschen, was er will. Das heißt, wenn man das am Anfang einer Beziehung machen würde, würde ich sagen, ja, wie gesagt, das dürfen wir nicht werten. Das muss jeder für sich selber feststellen, so, ne. Und jetzt ist aber das Problem, jetzt haben wir zwei Probleme. Also erstmal ist es natürlich nicht am Anfang einer Beziehung abgesendet, sondern mittendrin. Vermutlich. Oder ja, ist es. Und dann ist diese Frau halt eine Surflehrerin, die modelt. Auch schon vor der Beziehung. Und da wird es halt echt schwierig, weil jetzt jemand so sagen, du sollst irgendwas nicht weitermachen, was du vorher gemacht hast. Aber okay, wir kommen noch zu dem entscheidenden Punkt, kommen wir gleich noch. Also man könnte es so verstehen, dass er das sagt. Soll irgendwas nicht mehr machen, was sie vorher gemacht hat. Sie ist aber eine Surflehrerin, ne. Und sie modelt. Das ist ihr Job. Ja, das ist, da wirst du mit deiner Standard- und Deerraker-Liste nicht weiterkommen, so, ne. Das, ich meine, ein paar Sachen sind auch drauf, die würden mir auch nicht gefallen in der Beziehung, so, ne. Aber da kann man natürlich sagen, ja, mein Gott, wenn das vorher ihr Leben war, wird es sich jetzt nicht ändern, so, ne. So, wo ist jetzt der Unterschied, ob das jetzt, wie das Sie schon mal wahrgenommen hat und wie das auch ganz viele im Internet wahrgenommen haben, wo ist der Unterschied zwischen kontrollierend und es ist einfach eine Standard- und Deerraker-Liste. Der Unterschied ist da und das ist wirklich ganz wichtig, das versuche ich auch immer wieder mit allen Leuten zu besprechen oder mit meinen Klienten zu besprechen, so, dass ich sage, es wird kontrollierend, wenn du erwartest, dass es der andere macht. Dann wird es kontrollierend, so, wenn du sagst, so, ich erwarte, dass du jetzt nie wieder modelst, ich erwarte, dass du nie wieder mit Männern surfst, ich erwarte, dass du nie wieder sexy Bilder postest, dann ist es kontrollierend. Das ist nicht in Ordnung, absolut nicht, ne. Aber wenn du sagst, ähm, selbst innerhalb der Beziehung, muss man eigentlich letztlich sagen, wenn du sagst, du, ich habe es so gemerkt und auch in dieser Beziehung jetzt für mich gelernt, ich möchte das nicht, so, ne. Kann auch Männer, können jetzt auch Männer und Frauen austauschen, das kann mit einem Mann genauso sein, so, ne. Ich möchte es einfach nicht und wir können das jetzt nochmal einmal diskutieren, aber wahrscheinlich wirst du es eh nicht ändern und hey, das ist auch in Ordnung so und ich, äh, wünsche dir vom Herzen nur das Beste und dann lebt dein Leben noch so weiter. Nur dann eben nicht mit mir an deiner Seite, ist es eigentlich technisch eine Standards- und Deerakerliste, weil du für dich sagst, was du brauchst und es nicht so gemeint ist, dass du den anderen damit kontrollieren möchtest. Aber das ist natürlich, das wissen wir jetzt nicht genau, in welchem Kontext, äh, er das gesagt hat, das kann kontrollierend sein, wie gesagt, das kann aber auch harte Grenzen sein, die aber okay sind. Und ich sehe das, ich sehe da wirklich ein großes Problem, was ich ganz häufig im Internet sehe, vor allen Dingen, wenn ich mich mal ganz selten in irgendwelchen Foren rundtreibe und gucke, was da so geschrieben wird, äh, ich bilde mich ja auch ständig fort hier im Internet, ähm, dass viele, wenn der Partner eine Grenze setzt, dass viele schon sofort sagen, das ist toxisch, das ist ein Narzisst. Nein, das ist nicht so. Der hat einfach eine Grenze, für sich eine Grenze gesetzt und sagt, okay, das tut mir so nicht gut und ich möchte das für mich nicht so, ne, ich muss dich gar nicht ändern, ist alles gut. Ich möchte das nur so nicht weiterführen. Das empfinden viele schon so als so einen Affront, irgendwie, sozusagen, toxisch und ich weiß nicht was, nein, das ist nicht toxisch, das sind einfach harte Grenzen. Vielleicht sind sie manchmal zu hart, ne, also, weil diese Grenzen sind schon sehr hart, ne, und, äh, vielleicht sind sie manchmal zu hart, wenn man, und, äh, viele Bindungsängste haben zu harte Grenzen und lern dann nie jemanden kennen. Und, äh, wenn du solche Grenzen hast, dann kannst du natürlich auch kein Model daten, ne, das, keine Surferin daten und keine, vor allem keine Profi-Surferin, das fällt dann einfach raus, ne, also, da hast du dir sozusagen den Markt verengt, weil, muss halt jeder selber wissen. Ähm, aber wenn du das natürlich wirklich auch nur mit so einem Unterton sagen würdest, so, ich möchte auch, dass du dich jetzt in die Richtung bewegst, dann wird's natürlich sofort, sofort, 0,1 Sekunden wird's dann toxisch, ne, das ist klar. Ja, ich hoffe, das, äh, macht das an diesem bisschen extremen Beispiel so ein bisschen klar, aber ich finde das, wie gesagt, ich sehe da manchmal große Verwirrung unter Menschen, äh, die, also, gerade wenn du, kommen wir mal zurück auf die Umprogrammierung des Liebeschips, so, ne, wenn du eine Umgebung hast und Freunde hast und auch Partner gehabt hattest und auch toxische Beziehungen hattest, wo es wenig Grenzen gab, wo alles, auch, ähm, viel Exposure, sag ich mal, zu Extremverhalten, sagen wir mal, viel Alkohol, viel Drogen womöglich, äh, dann bleiben wir einfach mal bei Alkohol, es wird viel getrunken und was weiß ich und, und alles locker und keine Grenzen und, so, wenn das dein Leben war und dann, äh, da gibst du dich auf diesen Liebeschip, der typischerweise mit mehr eigenen Grenzen zu tun hat, mehr Grenzen setzen, mehr Standards, mehr Dealbreaker, wird die Welt nicht begeistert sein, also wird deine Welt vielleicht schon, dein Umfeld wird nicht begeistert sein und werden das komplett ablehnen und werden aus, unter Umständen ausrasten, deswegen, weil du plötzlich Grenzen setzt, so, ne, und mein, sie dürfen das, sie dürfen das blöd finden, aber deswegen bist du nicht falsch, wenn du welche setzt, so, und du sagst, hey, das tut mir einfach nicht gut, so, ne, und ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, ja, dass, dass es zwar, ja, dass es irgendwie mehr drüber gesprochen wird, wenn Frauen so erfolgreich Grenzen setzen, aber Männer, weiß ich auch nicht, die dürfen auch Grenzen haben, so, ne, dürfen auch sagen, äh, nur, wie gesagt, wenn man schon vorher, wenn man schon weiß, man datet so jemand, dann ist das natürlich auch so eine Ego-Geschichte, man schon weiß, ich date jetzt diesen Menschen und der ist hot und der ist ein Model und was weiß ich, und dann komme ich hinterher mit diesen, da fällt mir irgendwann ein, das sind aber meine Grenzen, also, es hat, es hat auch was echt Problematisches, muss ich auch sagen, ne, was denkt ihr dazu und wir sehen uns bald wieder, schau, ihr Lieben. Wir sehen uns bald, schau, ihr Lieben. Wir sehen uns bald, da Berner Vault und wir sehen uns bald, schau, ihr Lieben. Untertitelung des ZDF, 2020